Als dritte französische Republik bezeichnet man den französischen Staat zwischen 1870 und 1940. Der offizielle Staatsname war Republique Française. Allgemeines, die Niederlage in der Schlacht von Sedan im deutsch-französischen Krieg von 1870 und die damit verbundene Gefangennahme Kaiser Napoleons III. führte am 4. September 1870 in Paris zur Ausrufung einer temporären Republik. Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune war zunächst die Wiedereinführung einer konstitutionellen Monarchie geplant. Schließlich einigten sich Legitimisten und Olleanisten darauf, Henri de Atwater, dem Grafen von Chambord, die Thronfolge anzutragen. Dieser lehnte es jedoch ab, sich auf die noch zu schaffende Verfassung und die Tricolor zu verpflichten und es die Assemblée nationale nahm sich gut vier Jahre Zeit, um Verfassungsgesetze zu beschließen. Die Verfassung sah eine Legislative mit zwei Kammerparlament vor, welche gemeinsam als Nationalversammlung einen Präsidenten mit starker Stellung gegenüber der Regierung auf sieben Jahre wählten. Die Stellung des Präsidenten war nicht ganz so stark wie später in der golistischen Konzeption für die Fünfte Republik. Der Ministerpräsident war abhängig von der Mehrheit im Abgeordnetenhaus und die Kabinette wechselten recht häufig. Außenpolitisch hatte es der neue Staat zunächst schwer. Bismarck sorgte für Frankreichs außenpolitische Isolierung. Und als einzige längerfristig bestehende Republik in Europa neben der Schweiz und dem Zwergstaat San Marino hatte Frankreich mit dem Misstrauen der anderen monarchischen Mächte zu rechnen. Innenpolitisch kämpfte der Staat besonders darum, den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen. Das führte zu einem rigorosen Laizismus, der bis heute zum französischen Selbstverständnis gehört und zum Ausbau des staatlichen Schulsystems. 1905 wurde als eine Konsequenz aus der Dreifuß-Affäre das Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat angenommen. Es schreibt eine starke Trennung von Staat und Kirche vor. An der Seite des Verbündeten Russlands trat Frankreich im August 1914 in den Ersten Weltkrieg ein. Darin verfolgte Frankreich unter anderem das Ziel, sich für die Schmach von 1871 zu revanchieren. Dass der Krieg die Rückgewinnung von Elsass und Lothringen bringen sollte, war politischer Konsens aller Parteien. Kurz nach dem Auseinanderbrechen der Zweiten Internationale fanden sich Ende August 1914 die bürgerlichen und die sozialistische SFIO in der Union Sakri zusammen. Durch die deutschen Anfangserfolge bis zur Schlacht an der Manier wurde ein beträchtlicher Teil des wirtschaftlich damals bedeutenden Nordostens des Landes zum Kriegs- bzw. Besatzungsgebiet. Erhebliche Zerstörungen waren die Folge und zahlreiche Bewohner flüchteten. Die Regierung verlegte ihren Sitz von Anfang September bis Dezember 1914 nach Bordeaux. Im Kriegsverlauf erlitt die französische Armee bei mehreren erfolglosen Versuchen, die deutsche Front zu durchbrechen, erhebliche Verluste. Zu einem Symbol wurde die verlustreiche Verteidigung von Fadon 1916. Im Frühjahr 1917 kam es nach einer weiteren erfolglosen Offensive an der Eisner. Verbreitet zu Meutereien Nachdem bereits mehrere Regierungen an den Problemen des Krieges gescheitert waren, fand sich Ende 1917 in George Clem in Schau ein Politiker, der die nötige Entschlossenheit mitbrachte, das Land zum Sieg zu führen. Dieser war auch dem Eingreifen der USA zu verdanken. Von den fast 8,1 Millionen Franzosen im Kriegsdienst starben zwischen 1,3 und 1,5 Millionen. Frankreich gehörte nach dem Krieg zu den Siegermächten der Attate und diktierte den Verlierern im Versailler Vertrag harte Bedingungen. Das 1871 vom Deutschen Kaiserreich annektierte Elsass-Lothringen kam wieder zu Frankreich. Ökonomisch gesehen war Frankreich einer der großen Verlierer, da es sich hoch verschuldet und zudem massive Verwüstungen zu erleiden gehabt hatte. Bei den Wahlen zur Abgeordnetenkammer im November 1919 verlor das Kabinett Clem in Schau seine Mehrheit. Ein nationaler Block geeint in seiner Politik der Härte gegenüber Deutschland, bildete die Regierung und regierte bis 1924. Wichtige außenpolitische Themen waren die deutschen Reparationszahlungen und der Aufbau eines Kordon-Sanitär zwischen Deutschland und Sowjetrussland. Im Zuge seiner Politik der Sicherheit am Rhein betrieb Ministerpräsident Polnke 1923 die Ruhrbesetzung, die schließlich mit dem DOS-Plan zu einer faktischen politischen Niederlage führte. Nach den von einem Bündnis linker Parteien gewonnenen Wahlen im Mai 1924 kam das Kabinett Heriot i. unter Edouard Heriot an die Regierung. Im Oktober 1925 kam es im Rahmen von Verhandlungen in Locarno zu einer deutsch-französischen Annäherung. Für Frankreich nahm Aristide Brion teil, für Deutschland Gustav Stresemann. Von 1924 an wurde die schleichende Inflation des Front als krisenhaft empfunden. Die auf die Kriegsfinanzierung der Jahre 1914 bis 1918 zurückzuführen war. Die Regierung Heriot scheiterte an der Stabilisierung der Währung, die erst 1926 der konservativen Regierung Pouinckers gelang, der als Premierminister und Finanzminister in einer Person eine harte Austeritätspolitik durchsetzte. Die folgenden Jahre waren Krisenjahre mit schnell wechselnden Regierungen. Ab 1931 litt Frankreich unter der Weltwirtschaftskrise, die in Frankreich weniger stark ausgeprägt war als etwa in Deutschland. Dafür aber länger andauerte. Am 6. Februar 1934 beteiligte sich die faschistische Bewegung Keuk-Defoy an einer antiparlamentarischen Straßenschlacht. Danach trat Edouard Daladier zurück. Gaston Dumecq, Präsident der Jahre 1924 bis 1931 bildete eine Regierung der Nationalen Einheit, die ohne Zustimmung der Kommunisten und Sozialisten auskommen musste. Im Frühjahr 1936 wurden die Parlamentswahlen von der neu gebildeten Front populär aus Sozialisten, Kommunisten und Radikalsozialisten mit der Parole Brot, Frieden, Freiheit gewonnen. Der Sozialist Leon Blum wurde Juni 1936 bis Juni 1937 und im März, April 1938 Ministerpräsident. Beim ersten Mal wurde Kamille Schautemps sein Nachfolger, beim zweiten Mal Eduard Daladier. Die Volksfront verfolgte konsequent das Prinzip der Nicht-Einmischung in den spanischen Bürgerkrieg und der kollektiven Sicherheit. Gegenüber dem NS-Regime praktizierte sie eine Peace-Man-Politik. Adolf Hitler begann am Morgen des 1. September 1939 den Polenfeldzug, Frankreich reagierte zusammen mit Großbritannien am 3. September mit der Kriegserklärung. Frankreich war zur Zeit des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges militärisch relativ unvorbereitet. Die französische Armee blieb bis zur deutschen Besetzung Belgiens am 10. Mai 1940 in der Defensive und überschätzte ihre ab etwa 1930 gebaute Maggino-Linie, ein aus einer Linie von Festungswerken bestehendes Verteidigungssystem. Am 10. Mai 1940 begann die Wehrmacht den Westfeldzug mit einem Angriff auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Die Niederlande kapitulierten am 14. Mai, Belgien am 28. Mai. Truppen der französischen Armee und die British Expedition Air Force rückten in Belgien vor. Sie wurden vom Sichelschnittplan der Deutschen überrascht. Die BEF wurde in Dünkirchen eingekesselt und konnte in der Operation Dynamo zu großen Teilen gerettet werden. Am 5. Juni begann die Wehrmacht im Zuge des Entgriffs auf Frankreich mit einer Offensive. Der französische Widerstand ließ schon am nächsten Tag. Nach, am 14. Juni 1940 besetzten Truppen der Wehrmacht Paris, französische Truppen waren vorher abgezogen und Paris' offene Stadt. Eine völlige Niederlage der französischen Armee zeichnete sich ab. Nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Paul Reinaud beauftragte Staatspräsident Albert Lebrun am 16. Juni 1940 Marschall Pitein mit der Regierungsbildung und mit Waffenstillstandsverhandlungen. Hitler konnte den Besiegten die Bedingungen diktieren, der Waffenstillstand von Compiègne war de facto eine Kapitulation gegenüber dem Deutschen Reich. Etwa sechs Zehntel Frankreichs kamen unter deutsche Besatzung. Philippe Pitein gründete am 11. Juli 1940 in Vichy den Etat Francais. Am Tag zuvor hatte die in Vichy versammelte Nationalversammlung ihn dazu bevollmächtigt. Damit endete die Dritte Republik. Institutionen 1875 waren drei Verfassungsgesetze angenommen, es galt also keine einheitliche Verfassung im eigentlichen Sinne. Die Legislative wurde in zwei Kammern geteilt, die zusammen ein Parlament bildeten. Die Chambre des Deputes wurde durch ein Allgemeinwahlrecht gewählt. Der Senat wurde alle drei Jahre in einem Drittel neu gewählt. Die Mitglieder des Senats wurden von den Wahlkomitees der Departments oder der Dorfgemeinschaften gewählt. Das Haupt der Exekutive war der für sieben Jahre durch die Assemblée Nationale gewählte Präsident. Er hatte selbst keine Haftbarkeit und alle seine Aktivitäten mussten von einem Minister beglaubigt werden. Seine einzige Macht war zu entscheiden, wer ein neues Kabinett bilden sollte. Die Regierung war verantwortlich gegenüber dem Abgeordnetenhaus und dem Senat. Präsidenten der drei. Republik. Albert Lebrun 1932 bis 1940. Krisen in der Drei-Republik. Die Drei-Republik war gekennzeichnet von einer Reihe von Konflikten, Krisen und Skandalen. So schien 1889 ein Staatsstreich durch General Boulanger zu drohen, der sich später erschoss. Im gleichen Jahr erschütterte der Panama-Skandal die Republik und in den 1890er Jahren führte die Drei-Fuß-Affäre erst an den Rand eines Krieges mit. Deutschland und dann an den Rand eines Bürgerkrieges zwischen Nationalisten, die eine Revision des Hochverratsurteils gegen Alfred Drei-Fuß als Angriff gegen die französische Armee ansahen und Republikanern. Als eine Konsequenz aus der Drei-Fuß-Affäre wurde ein 1905-DK-Sekunden-Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat angenommen. Wodurch die vollkommene Trennung von Staat und Kirche, FRZ, La Laïcité in der französischen Verfassung verankert wurde. In der Faschaudar-Krise von 1898 kollidierten die kolonialen Ansprüche von Frankreich und Großbritannien, ein militärischer Konflikt beider Staaten in Afrika konnte befürchtet werden. Auch im 20. Jahrhundert blieb die Republik nicht von Konflikten und Krisen verschont. Es folgten die Marokko-Krisen, der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, die inneren Konflikte im Zusammenhang mit der Volksfrontregierung der 1930er Jahre und das Ende der Republik im Zweiten Weltkrieg. Hinsichtlich der Zahl seiner Regierungen war Frankreich wesentlich instabiler als Deutschland oder Großbritannien. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte es 27 französische Kabinette gegeben, in Deutschland 14, in England 7. Siehe auch Erste Französische Republik Zweite Französische Republik Vierte Französische Republik Fünfte Französische Republik Vichy Regime Geschichte Frankreichs Politisches System Frankreichs